Unser kleiner Dino. Das wird voll der Name für ihn. Wer ist der kleine Dino? Du bist das. Rick, Scar, kommt rein, es geht los. Guck mal, was ich gefunden habe. Ist ja nicht süß, können wir ihn behalten? Nein, das ist ein Alien. Könnte gefährlich sein. Ja, und zwar gefährlich, liebenswert. Ich verspreche, ich werde mich um ihn kümmern und ihn füttern. Bitte, 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 Hulk. Es bleibt hier. Du kannst bei ihm bleiben, aber wir verschwinden jetzt. Mach's gut, kleiner Dino. Tut mir leid, du musst hierbleiben. Das war's wohl. Leb wohl, kleiner Dino. Geh jetzt, husch. Druckausgleich hergestellt. Hey, du bist mir gefolgt? Tja, ich hab das Gefühl, ich wette dich nicht los. Sei leise, ich bin gleich wieder da. Geh jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020